Ja, ich glaub, die meinten, ich soll da runterspringen. Ah, jetzt bin ich ganz alleine. Ei, ei. Oh, der ist jetzt kein Klicker, der sieht mich, hm? Ich werde ihn von hinten ausschalten. Nein! Nein, nein, nein! Sie haben mich gesehen. Die halten aber was aus. Au, wow, 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 wow. War keine gute Idee. Ne, das geht schief. Wow, wow, einen habe ich geschafft. Aber, das reicht nicht. Ja, das sehe ich ein. Ich dachte, da wäre hinter mir keiner, deshalb hätte mich mehr umsehen sollen. Wo hat es gespeichert? Was? Wo bin ich denn da? Okay. Den könnte ich vielleicht erledigen. Von hinten. Das haben sie nicht gehört, oder? Ne, das hat keiner gehört. Warum waren da auf einmal so viele? Leute. Ist das ein Klicker? Ich glaube, das ist einer. Oh, oi, oi, oi. Ich habe kein Feedback bekommen, ob sie drauf und dran waren, mich zu entdecken. Das war blöd. Das war blöd. Da steht er. Das war nicht sehr schlau. Der geistert da rum. Die sehen mich immer von hier. Wieso? Wieder in die Hose gegangen. Einen Klicker zu boxen, ist ineffektiv. Ja. Habe ich gerade feststellen müssen. Okay, machen wir es nochmal so. Das war, glaube ich, der richtige Ansatz. Aber den Klicker muss ich irgendwie ablenken. Das ging ja in Ordnung. Aber die anderen sind das Problem. Es sind noch so viele hier. So viele. Ich sollte sie vielleicht hierher locken. Genau. Oder ich halte mal was am Schädel. Probier's. Komm da her. Nein. Siegelstein, will ich. Ah, jetzt ist er weg. Hm. Ich könnte sie natürlich auch hier hin locken. So, wenn der da kommt, lock ich ihn da her. Willst du? Hoffentlich kommt er nicht von der Richtung. Er kommt von der Richtung. Okay, jetzt geht er nachsehen. Die sind ja auch recht schnell. Er dreht sich auch ständig um. Das ist... Oh, scheiße. Scheiße. Nein, nein. Ich wollte ihn nicht. Du brauchst ein Messer. Ich habe ein Messer. Hatte ich kein Messer? So hat er das Messer nicht genommen. Er nimmt immer den Prögel. Schießen will ich aber auch nicht. Ja, das ist in die Hose gegangen, weil ich nicht wusste, dass noch ein Zweiter kommt. Kann ich ja nicht ahnen. Das ist mehr Trial und Error hier. Wenn man es schleichend erledigen will. Man könnte natürlich jederzeit versuchen, sie alle einfach so erschießen, aber... So, jetzt probiere ich mal auf diese Weise. Wenn er sich umdreht, werde ich ihn greifen. Sie sind sehr unberechenbar. Animalisch. Wisst ihr? Wenn sie wenigstens längere Zeit in eine Richtung schauen würden. Schau! Ich muss wirklich schauen. Hat das Lärm gemacht? Ja, es hat Lärm gemacht. Scheiße. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich bin mir Ränge rein. Wo ist er? Ich dachte, er hat meine Spur verloren. Verdammt. Nein, andere Richtung. Oh Gott. Was macht er? Ich laufe mal da weg. Vielleicht kann ich ihn abschütteln. Wisst ihr? Es war gar nicht mal so unschlau. Die Frage ist, wie kann ich ihn lautlos... Oh, fuck. Hat schon wieder meine Spur verloren. Wenn ich ihm das am Schädel werfe, geht das? Geht das nicht. Aber er pinkt doch gar nicht. Wie kann man ihn lautlos ausschalten? Sehr erratisches Verhalten. Es muss von hinten sein. Das steht fest. Er verliert sehr schnell die Spur. Ich weiß nicht, ob Schießen hilft. Wer weiß, wie viele Kugeln ich bei denen brauche. Das ist wahrscheinlich Verschwendung. Oh, schon wieder. Wie komme ich nahe an den ran, ohne dass er mich gleich sieht? So. Okay. Das Timing muss wirklich sehr perfekt sein. Verstandlich. Perfekt. Perfekt. Das war unangenehm. Gibt's zu? Da hätte ich mir eine Belohnung verdient, in Form von irgendwelchen Goodies. Oder? Oder keinen Blowjob. Ich werde trotzdem nochmal kurz alles absuchen. Sorry. Ich will nichts übersehen. Aber hier liegen wirklich nur Ziegelsteine und Flaschen. keine Teile. Keine Teile. Wo müssen wir hin? Oh. Ich bin dir nachgegangen. Jetzt gehst du mir nach. Wo geht sie hin? Da rauf. Verstehe. Ist das jetzt runtergebrochen? Oder war das vorher schon da? Oder ist da gar nichts? Hey, da ist ein Revolver. Das heißt, ein Schuss extra. Okay, da muss ich schieben. Oder ziehen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gekonnt, wenn die alle rund um mich fleuchen, denn... Die hätten das gehört. Äh, wie lasse ich jetzt los? Lass los! Schau, er lässt mich los. Jetzt lässt er los. Ach so, das wäre wieder zurückgerollt, oder was? Nääääh. Schäle mir nix. Was ist denn das? Meister Proper. Siehst du? Alles klar. Alles klar, nennst du das? Meine Hosen sind jetzt auch voll, das sag ich dir. Ja. Erste Begegnung mit einem Klicker. Ist wahrscheinlich die schlimmste. Man gewöhnt sich an alles. Hoffe ich. Was? Wow. Gehen wir es an. Framerate-Probleme. Gehen wir was an? Sag doch was. Da runterspringen. Weißt er mich nicht. Kann da nicht runterspringen. Gehen wir halt hier. Können wir? Vorsichtig. Hm. Würde mich interessieren, wie schwerer schwer ist im Vergleich zu normal. Weil, wenn man sie von hinten erledigt, ist es immer ein einmaliger Kill, ne? Also sind dann mehr Gegner, oder? Weniger Goodies zum Aufrüsten. Oder haben die mehr Hit Points, die Zombies? Was sich ja da nicht auswirken würde, wenn man es schleichend macht. Muss ich mal testen. Aber ich will jetzt keinen neuen Spielstand anlegen. Nachdem der Bug noch nicht gefixt wurde. ruhiger angehen. Hm. Ich hab nie zu dir gesagt, du sollst dich bedeckt halten. Ich glaub das erst, wenn ich's sehe. Ich sag immer, nimm dein Shirt ab. Oberkörper freimachen. Aber du missverstehst mich dann immer. Aha. Der hat ja sein Glück versucht. Sein Pech. Darauf. Nein. Darauf nicht. Mann. Da rein. nicht da rein. Also es wäre die letzte Richtung gewesen, die ich freiwillig gegangen wäre, wenn ich nicht müsste. Aber sie zwingen mich dazu. Kommt dann das ganze Wasser immer her? Ja. da rüber. Geh ich richtig in der Annahme? Oliver LLF. Oli-Vier. Oli-Vier. Was verkaufen denn die? Wieso klettert sie wieder rauf? Sehr langweilig. Sind überschüssige Energien, die du da vergeudest. die könnten wir anders verwenden, diese Energien, wenn du schon unbedingt etwas loswerden willst. Ich wüsste da was. Wow, auf einmal sind sie großzügig mit den Teilen. was da passiert. Wieso plötzlich? Mir schwand gar fürchterliches. Immer wenn ein Spiel großzügig ist zum Spieler, dann passiert meistens irgendwas schröckliches. Stimmt's? Da habe ich recht. Kann ich? Nein, mir fehlen Lumpen. Hey Baby, darf ich mal deine Hose haben. Deine Jacke. Ich brauche Lumpen. Ich könnte noch ein Messer herstellen. Na klar. Sag ich nicht nein. Was? Ärmel. Ärmelkanal. Und Molotow. Molotow. Na was? Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere anzünden. Mit L1 kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Aha, die gleichen Bestandteile von Molotows heilen mich dann auch. Na, das ist Medizin. Ich glaube, das ist eher Homöopathie. Alternativmedizin nenne ich das. Wenn ich mich mit Molotows heilen soll. Was habe ich denn da gerade aufgenommen? Kriege ich kein Prompt, dass ich es lesen kann? Ist das wirklich manuell machen? Was war denn das? Ein Steckbrief? Nein. War das etwa ein Trainingsbuch, das ich gefunden habe? Nein. Ich könnte jetzt die Lauschmodus-Distanz erhöhen. Was ich nicht tun werde. Ich will überhaupt den Lauschmodus so wenig wie möglich einsetzen. Eigentlich gar nicht, aber wenn es mir gar zu schwer wird, setze ich ihn vielleicht ab und zu ein. Aber ich versuche es zu vermeiden. versprochen. Da sehe ich was blinken. Oder war das nur ein Lade Artefakt? Oder müssen wir da eh lang? Ja, sieht so aus, weil da ist alles verschüttet. Die gehen immer irgendwo in eine Richtung und als ob sie andeuten würden, dass ich da lang soll, aber meistens gehen sie irgendwo an die Wand. Die Firefly-Karte. Was soll das? Aubergine. Triff dich mit dem nächsten Firefly-Team beim Rathaus. 1,60m, 14 Jahre, rothaarig. Ist das du? Nicht unsere Leute. Ja, die Beschreibung passt. Bist rothaarig. Ich habe noch nicht so genau darauf geachtet. Ich sehe immer irgendwas blinken. Wisst ihr? Dieses Schimmern von den Texturen irritiert mich. Ich glaube, immer da liegen Goodies. Gut. Gut.